Hallo und willkommen zurück bei South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Wir schauen natürlich, bevor wir jetzt hier mit der nächsten... Eine gute Frage, eine berechtigte Frage. Bevor wir natürlich jetzt weitermachen, werden wir erstmal noch jedes Haus auf dem Weg zu unserer Mission Helm-Tart durchsuchen. Und vielleicht finden wir noch ein bisschen nütziges Zeug, zum Beispiel die Bilder. Das ist ein Deal. Also ich kann eins sagen, die Leute hier mag ich nicht. Der kleine Jimmy. Wir kennen ihn alle. Und wie immer weiß ich noch nicht genau, was ich davon brauche oder was ich verkaufen kann. Was ist denn das? Ah, Zeitungen. Äh, Moment. Wie mache ich nochmal... Ah ja, okay. Ich werde natürlich möglichst viel finden. Oh, Gehaltsabrechnung des kanadischen Ministeriums. Was wir hier nicht alles immer so schönes finden. Oh, Grafting, Basiskomponenten. Äh, Inventar. Komponenten. Kann ich irgendwas herstellen? Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Ich habe es erst vor kurzem gespielt und habe schon... Ah, hier kann ich die EP-Punkte machen. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich die Sachen herstelle. Perflexen. Ah, cool. Guten Morgen, Lars. Aber wir können im Moment noch nichts herstellen. Schade, oder? Nein. Hier waren wir schon drin. Ah ja, hier. Ja, ich muss erstmal ein bisschen mit der Steuerung hier warm werden. Das wird wohl noch ein bisschen dauern. Abbrauchen wir das hier fürs Scheißhaus? Oder? Ah, nein. Ah, okay. Für den Schrank. Ah, Sternekostüm. Aha. Hei, 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 hei. Inventar. Hm. Ah, Kostüme. Oh. Oh, Haare haben wir was Neues. Ah, okay. Aber ich würde sagen, wir bleiben mal bei unseren Haaren. Einfach so, weil wir es können. Ah, da ist das Sternekostüm. Ah, pff. Ah ja. Jetzt beginnen wir die nächste Runde des Todesschisses. Oh, Leck. Super. Coole Moves. Ja, jetzt wird zurückgeschissen. He, he, he. Hm, nicht schlecht. Wir mussten es nicht mal abschneiden. Aber, na. Ich mag die Scheißerei. He, he, he. Es geht doch nichts über einen gesunden Schiss. Würde ich mal so behaupten. Verbrauchsgegenstand. Gegengift. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir die im Kampf später einsetzen können. Ja, hier haben wir jetzt scheinbar... Keller haben sie keinen. Jimmy hat wirklich interessante Freunde. Allerdings. Ich würde sogar behaupten, wir sind die Besten. Es gibt, glaube ich, keine besseren Leute wie mich. He, he, he. Äh, jetzt sind wir hier ne... Psst. Oder haben wir gar nicht mehr so viele Häuser vor uns. Die hier werden wir auch noch verprügeln, wenn es so weit ist. Wir müssen natürlich schauen, in manchen Häusern waren wir auch schon drin. Zum Beispiel in hier, dem, glaube ich. Jupp. Wir werden nur schnell noch kurz einmal durchlaufen, weil ich weiß nicht, ob ich vorher hier immer diese Funktion benutzt habe. Ah, hier haben wir noch eine Kiste, sieh an. Power-Kostüm. Zwielicht locken. Aha. Seht ihr, es lohnt sich doch ab und an mal wieder irgendwo reinzugehen. Man findet immer wieder was Nützliches. Und wenn wir es auch später verkaufen können, lohnt es sich trotzdem. Wir finden auch immer wieder ein bisschen Geld. Schadet ja auch nicht. Aber ich glaube, ob wir hier auf dem Scheißhaus waren... Ah, hier haben wir abgeschlossen, ja. Einwandfrei. Wir wollen natürlich auf jedem Scheißhaus hier auch scheißen. Gehört halt eben dazu. Ein bisschen scheißen hat noch nie einem geschadet. Hast du deine Fürze für dich behalten, wie besprochen? Selbstverständlich. Oh, ihr spielt verkleiden. Wie niedlich. Aber denk an meine Worte. Gewöhn dich nicht zu... Ja, ich weiß. Ich habe mich nicht zu sehr an meine Freunde gewöhnen. Ich habe einen Traum auf der Familie. Es geht eigentlich hier im Spiel nicht mehr schöner. Ja. Du benützt eine neue Fähigkeit. Aha. Schade. Ja, aber seht ihr, man findet immer wieder etwas, das wir müssen uns merken im roten Haus. In der Garage. Also in unserem Haus quasi. Psst. Butters. Aber vielleicht können wir mit ihm ein Selfie machen. Hallo. Was auch sonst. Klar. Jawohl. Wir haben einen neuen Follower. Es geht bergauf. Hurra, geschafft. Ja, das hätten wir uns alles entgehen lassen. Ich muss aber auf jeden Fall mal schauen, was ich von dem Zeug verkaufen kann. Oh, wieder ein Scheißhaus. Doppelkinnkostüm. Und noch eine unbenutzte Toilette. Das werden wir natürlich ändern. Es wird geschissen. Was das Zeug hält. Komm, 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 komm. Das war jetzt auch nicht so spektakulär. Ja, den perfekten Schiss werden wir mal noch üben. Oh, wir haben 20 EP-Punkte. Stufenaufstieg. Geil. Wir sind scheiß Weltmeister. Ich weiß nur noch nicht genau, was wir jetzt hier machen sollen. Vielleicht brauchen wir dafür auch eine andere Fähigkeit. Ich weiß nämlich gerade nicht. Müssen wir uns auch merken. Wir hätten vielleicht die Häuser erst am Schluss durchsuchen sollen. Also in unserem Haus und in Butters Haus war auf jeden Fall bis jetzt was. Oh, eine Bibel. Zelt als Schrott. Naja. Die Kirchenfreunde und euch würde das bestimmt nicht sehr freuen. Aber wir haben ein neues Selfie. Das ist sehr gut. Vielleicht bekommen wir von ihr auch eins. Klar. Mrs. Dodge. Oh, Trophäe erhalten. Zurück gefolgt. Ich gehe kurz mal wieder hoch. Moment. Vielleicht kann ich da wirklich noch was machen. Oh. Falsches Zimmer. Follower. Aber nein. Da können wir noch nichts machen. Ja, das werden wir uns merken. Wenn wir noch nicht Fähigkeiten haben. Wir haben bei uns das Haus müssen wir und in Butters Haus. Vergessen wir dann eh wieder. Das Kind hat sicher Probleme zu Hause. Ich glaube nicht. Ich glaube definitiv nicht. Oh, wir sind bei Cartman. Opa. Aber hier waren wir natürlich auch schon. Ich gehe nur noch mal... rein interessenhaft hier durch. Die Toilette haben wir. Hier haben wir auch alles. Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht gerade sehr spannend, was ich hier mache. Aber vielleicht würde es sich irgendwann lohnen. Es hat sich ja bis jetzt auch schon gelohnt. Wir haben schon das eine oder andere. Zwei Selfies mehr. Beziehungsweise Follower mehr. Oh, haben wir jetzt ein anderes Passwort? Ah ne, Fick dich, Mom. Okay. Hupala. Fick dich, Mom. Schauen wir ja gerade mal, was Cartman so zu erzählen hat. Bin ich die Lebensberatung? Nichts. Ja, gerade die Sachen, wo wir viel davon haben, verkaufen wir einfach mal ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob wir das später brauchen oder... Buch der List. Göttlicher Verstärkerrezept. Ich weiß nicht, ob wir das Kurs brauchen. Oh, wir kaufen das hier einfach mal. Auf Wiedersehen. Äh, ja. Aktualisieren wir hier mal noch schnell. Crafting haben wir jetzt irgendwie... Ah ja, Buch der List erfordert. Crafting Rang 2. Herstellen. Die Verzauber... Ah, okay. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, was können wir mit dem Buch der List machen? Das ist eine sehr gute Frage und wo ist das Buch der List? Ich weiß nicht genau, was es damit jetzt auf sich hat. Na, okay. Vielleicht müssen wir dadurch auch irgendwas freischalten. Ich weiß es nicht. Wird sich dann ja zeigen. Oh, wir können auch in den Garten. Ah ja, stimmt. So einen Garten hätte ich auch gerne. Fleißiger Curve da. Das geht jetzt hier überall... Oh, da oben ist was. Das geht jetzt überall immer höher. Können wir das auch... Ah, Kriegs... Ne, Kriegerstreifenkostüm. Cool. Ja, mit dem Buch... Mit den Büchern müssen wir schauen. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwas... Ob das plus zwei dann nur heißt, dass wir zwei davon haben. Was das? Stoffballen. Naja, okay. War jetzt nicht so sinnvoll. Nützlich. Aber wir brauchen es zum Craften. Von daher ist es auch nicht schlimm. Moment. Ja, es sind jetzt noch zwei Häuser. Dürften wir eigentlich alles noch schaffen, was das ist. Aber ich brauche eine andere Fähigkeit. Ah, da hat mir irgendwo noch einen Rucksack vergessen, den wir nicht aufgemacht haben. Ich glaube, bei mir in der Garage war das auch. Oh. Ein Briefkasten. Ach, der Opa. Ich vermisse meinen Hund Patches und sein fröhliches Abermaul Patches hätte mir Kondome gebracht. Ich brauche ein Gummi für mein Willi, Billy. Hast du ein Kondom? Äh, ich glaube nicht. Stopp! Hi Pischer! Bye Pischer! Vergiss es, Scheichhaufen! Dafür hast du viel zu wenig Follower. Mein Hashtag ist glücklich ne Marke. Stimmt, wie konnte ich das vergessen, dass der komischen Madame hier ihr Hashtag so viel wert ist. Wir haben aber auch schon allerhand Follower. Oh, ein Riss. Können wir hier rein furzen? Ah, da müssen wir wiederkommen, wenn wir auch wieder weitere Fähigkeiten haben. Ich glaube, da müssen wir einfach... Oh, C-Körbchen, Kopfbedeckung, Kostüm. Ich glaube, da müssen wir doch... Wir hätten es doch mit den Häusern lassen sollen, die Durchsuchung. Hätten wir später machen sollen. Ich finde eigentlich auch gar nicht mehr den Perversen, der uns hier... Oh, Charakterbunden von Toolset. Da schauen wir kurz mal nach. Toolset. Oh, Kloherrscher benutzt zwölf unterschiedliche Toiletten. Na, warte auf Kunstagramm. Schauen wir nachher nochmal kurz nach. Oh Gott, ist das kitschig. Das hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Ah, darum haben wir noch so ein Foto. Cool. Dafür kriegen wir natürlich auch Belohnungen. Das ist auch sehr gut. Die brauchen wir natürlich. Belohnungen sind immer was cooles. So, Stands Zimmer. Da waren wir schon. Da waren wir auch schon. Ja, hier waren wir auch schon. Dann geht es nach unten. Es geht abwärts. Ein bisschen was futtern. Dr. Pepper kalte Pizza. Gegengiftrezept. Es ist halt eben nur scheiße, dass wir dann hier alles nochmal machen müssen. Also, was heißt alles nochmal, sondern alles wieder durchsuchen müssen, weil ich kann mir 100% nicht merken, wo noch die ganzen Dinge sind, die wir noch nicht gemacht haben. So, haben wir hier irgendwas. Nein. Aber hier ist, glaube ich, das Haus, wo wir hin müssen. Jawohl. Schauen wir erst mal nach und dann werden wir hier weitermachen. Hoppala. Es geht voran. Dann schauen wir jetzt mal nach, was es hier für eine Mission gibt. Falls wir die schon direkt antreten dürfen. Können. Oh, da ist er. Aber erst mal weiter sammeln gehen. Wiederbelebung sehr rum. Sehr gut. Das kann natürlich auch nie schaden. Tortilla. Es gibt hier jede Menge Komponenten und ich habe echt... Oh, das sieht ja mal geil aus hier. Der hat einen coolen Garten, muss ich sagen. Können wir hier auch was machen? Nein. Ich will wieder runter. Schauen wir mal, was unser Freund hier so braucht. Hallo, mein Freund. Wer zur Hölle bist du? Ernsthaft? Ich schicke einen Notruf und du schickst einen neuen? Du bist so ein Arschlochkuh. Tut mir leid, aber das hier ist für Anfänger eine Nummer zu groß. Es gab eine Anomalie im Universum. Ein anderes Ich. Die Humankind aus einem Paralleluniversum ist hier aufgetaucht und macht alles kaputt. Der ist oben in meinem Zimmer. Nichts kann ihn aufhalten. Dann schauen wir mal. Wäre doch gelacht, wenn wir mit diesem komischen Doppelgänger nicht fertig werden. Wir sind schließlich der Mann der Pfütze. Können wir da hoch. Oh, noch eine Schüssel. Mama, Schüssel. Das ist so geil. Die Folge mit Dings, wo sie World of Warcraft zocken. Na, ich bin nicht übel. Naja. Ich frage mich nur, was wir alles so fressen, dass der so scheißen kann, Alter. Der Dämonenschiss. Ist das ja auch noch? Ah nein, da oben haben wir aber noch was. Was haben wir hier? Stolz von Nippopolis. Artefakt. Sehr geil. Drogenfläschchen. Wichtiger Gegenstand. Selbstverständlich Drogenfläschchen ist natürlich das. Der andere Humankeit ist direkt hinter dieser Tür. Ich kann natürlich nicht selbst gegen ihn kämpfen. Scheiß Paradoxon und so. Also musst du ihn ausschalten. Du musst ihm dermaßen in den Arsch treten, dass er sich verpisst in sein Universum an der Ostküste. Bereit? Schnapp ihn dir. Oh, hey, Kyle. Ich bin wieder da. Die Jugendkeit 2 vom... Gebracht, spielt er auch mit? Also, Alternative ist ich. Zeit nicht in dein Universum zurückzujagen. Äh, was, Kyle? Wir sind doch ein Team, oder? Ich bin nicht aus dem anderen Universum. Wir sind super allerbeste Kumpels. Äh, hä, hä. Wie du siehst, rennt er hier rum und ruiniert den Ruf des Humankeit. Er will mich vernichten und meine Kräfte schwächen. Nein, nein, ich bin nur zwei Wochen bei meinem Cousin und wollte den Superhelden mit ihm spielen. Und Kyle fragt, okay, welcher Superheld willst du sein? Und ich sag, ich bin Humankeit. Da sagt er, das geht nicht. Ich bin Humankeit. Ich sag, warum können wir nicht beide Humankeit sein? Hupscht. Ich habe schon wieder gegangen und habe gesagt, dass wir beide Humankeit sein wollen. Und sie weiß zu ihm, du, was er will, er ist unser Gast. Ja, will ich sagen. Müssen wir ihn verprügeln. Du bist ein Alternatives Ich. Es ist Zeit, dass du lernst, dass Superhelden spielen echt wehtut. Los geht's. Du musst jetzt mein anderes Ich vernichten. Oh Gott, wir müssen kämpfen. Genau, du willst spielen, dann aber nach meinen Regeln. Let's fight. Oh, es tut mir schon wirklich leid, den armen Junge hier zu verprügeln, aber besiege den alternativen Humankeit. Ich habe nicht viel trainiert. Wir spielen ohne Kontakt, oder? Vollkontakt, kein Training. Oh, das geht nicht. Ich habe meine Knie schon oder nicht dabei. Jetzt schnapp ihn dir. Jawohl, jetzt gibt hier mal. Zusammen können wir entstappen. Lieben gerne, aber die Regeln für Paralleluniversen verbieten ist. Bomben. Oh je, so viele Entscheidungen in diesem Spiel. Wir müssen nicht mitspielen. Ist auch eine Möglichkeit. Ja, doch nicht albern. Leute, Pause. Mir ist ganz schwindelig. Bitte nicht. Au, 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 au. Okay, mein Innenohr hat sich beruhigt. Der letzte Treffer zählt nicht, oder? Ich mache den Schaden wieder rückgängig, ja? Typischer Paralleluniversums-Bullshit. Aua. So, spüre den Zorn des Furzes. Ich ignoriere ja gleich sonst was. Ich fände es viel fairer, wenn ich ein Schild hätte. Irgendetwas. Wie diese Tora-Rolle. Die hat auch ein großideellwert. Alter, Humankind ist ein Alien. Das hat nichts mit dem Judentum zu tun. Und keine neuen Superkräfte mitten im Kampf. Die ist nicht neu. Die sind meine Alternativ-Universum-Konsorm. Könnt ihr auch mal den Mund halten? Oh Gott, jetzt gibt es die Juden-Power. Cousin Kyle hat gerade Schutz eingesetzt. Was du an der blauen Leiste aus seiner Gesundheitsleiste erkennst. Schutz absorbiert allen Schaden, bis die Leiste aufgebraucht ist. Vorsicht, du bist halt aus dem Alternativ-Universum. Ich habe eine Magenverstimmung in Teechen, wäre gut. Ich finde, ich sollte den nächsten Zoom machen dürfen, weil der neue Freund bei meiner Outzeit nicht gewartet hat. Also bin ich jetzt gerade. Willst du mich verarschen, du schummelst? Hallo, was stimmt denn mit dem nicht? Hoppla, ich dachte, ich verfehle dich. Leck, äh. So ein Schummler. Und ich hatte Mitleid mit dem Kerl. Ja, sag's doch. Komm. Weiche, ey. Oh Gott. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Geil. Oh Gott, wie geil. Haben wir ihn mal ordentlich. Na, zerlegt für Schiebversagen. Er hat sich selber ins Ausgeschossen. Oh Gott, ich glaube, ich habe einen Leistenbruch. Hast du genug Alternatives? Äh, diese Superheldenzeug tut echt weh. Ich gehe in mein Universum zurück. Was? Du haust ab? Wie schade. Ja, ich muss in mein Universum zurück. Mein Ohr ist von den 14 ganz wund. Ich muss unbedingt Salme drauf schmieren. Wie kann ich dir nur danken? Milde dich einfach, wenn du mal Hilfe brauchst, okay? Klar, Mann. Geil. Der Humankind. Ah ja, wir brauchen ihn ja noch für ein Selfie. Okay, ja. Zwei Helden, die abhängen. Juhu. Top. Ah, hier waren wir noch nicht drin. Ah, hier haben... Ah, oder? Aber ich finde gar nicht mehr den Typen, der das gesammelt hat. Wo war denn der nochmal? Jawohl, das nächste Selfie. Icke. Icke. Hüft. Gold. Aber... Äh, jetzt sind wir fast schon am Ende unserer Folge für heute. Ich würde nur gerne... Ähm... Wo war nochmal der Typ, der die kumpische Scheiße hier gesammelt hat? Wer war denn das nochmal? Nicht schlecht, Neuer, nicht schlecht. Das ist echt ein riesen Haufen Follower. Du bist für das nächste Level bereit. Komm ins Kuhnversteck. Kuhn, Ende. Ja, ich komme ja schon. Ich würde nur gerne nochmal an den Anfang gehen. Ich wüsste nämlich gerne, wo nochmal der Perverse war. Komm, halt doch die Schnauze. Oh, dein Mutter hat einen von Aschern. Oh, Mensch. Ist das? Nein, der Perverse hat direkt da gesessen, ne? Nein, da ist er ja. Ich bin gespannt, welche neuen Werke du findest. Ich freue mich auf jedes neue Kunstwerk, das du findest. Äh, war das der hier nicht? Sag mir Bescheid, wenn du was für meine Sammlung findest. Hm, ich hatte gedacht, der hier wär's. Oh, ich habe noch eine Tasche entdeckt. Göttlicher Verstärkerrezept. Okay, wenn der das nicht war, dann weiß ich auch gerade spontan. Vielleicht können wir aber auch noch nichts abgeben. Der hier war's, glaube ich, nicht, oder? Nicht viele Nachrichten heute. Schätze, das wird eine ruhige Woche. Nein. Naja, werden wir in der nächsten Folge mal sehen. Vielleicht finden wir da ja was. Jetzt schauen wir hier uns noch kurz mal um. Was wir Neues haben. Nur der BH steht uns jetzt nicht so toll. Hm, das sieht jetzt auch nicht so berauschend aus. Naja. Charakter-Bogen, schauen wir mal noch nach. Verbündete. Den haben wir neu und den, okay. Crafting haben wir zwei Sachen. Buch der List 2. Göttlicher Verstärker. Können wir nicht machen. Buch der List 2. Ah, plus 10% Ultima Tiefkraft Erholung. Im Inventar 1, okay. Gegen Gifte haben wir zweimal und Serum haben, oder? An anderen Komponenten können wir nachschauen. Moment. Na, egal. Uppala. So, Inventar schauen wir mal noch nach. Zugangscode für das Kuhnversteck, okay. Und dann schauen wir jetzt mal noch kurz auf Kuhnstagram. So, kann ich hier eigentlich auch antworten? Egal. Hey, du warst da eben. Ja, ja, das weiß ich ja. Auch bekannt als der erstaunliche Wunderarsch. Kuhn-Influence. Ich bin der Wunderarsch. 474 Follower, 12 Beiträge, 12 folgt, 78 Likes. Wir haben vier neue. Mr. Stotch, Mrs. Stotch, Kyle und Icke. Ich würde gerne auch hier antworten können. Das wäre natürlich cool. Gelangweilt, Ich, Swagstyle, Kunsterbild. Am Gewinnen, Wahnsinn. Oh, sogar 20 Likes. Heute habe ich aber echt einen Sprachfeder. 20 Likes sogar. Oh, 21 Likes. 16 Likes. 14 Likes. Es geht so langsam ab. Und damit würde ich jetzt mal... Oh, wir haben noch ein Artefakt. Würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann wieder ins Kuhn-Versteck. Wir haben jetzt hier zwei Kuhn-Verstecke. Bist du neu hier? Du bist aber kein Freund von Henrietta, oder? Oder warum? Oder was ist hier? Warum wird hier auch angezeigt? Oder ist das hinten dran? Das kann natürlich auch hinten dran sein. Ich dachte jetzt, hier wäre noch irgendwas, aber... Okay, dann werden wir das nächste Mal bei Kuhn-Influence vorbeischauen, im Versteck. Wir haben jetzt hier alles eingesammelt. Und danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hatte wieder einiges zu lachen. Und ihr über mich bestimmt auch. Bis zum nächsten Mal. Schaut wieder rein. Ciao, ciao. Ciao.